Guten Tage kriminellen Bukis da draußen, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Claims, hi! Hallo! Hallo! Guten Tage kriminellen Bukis da draußen, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Claims, hi! Hallo! Ja und mit dabei, Jonas und meine Freundin. Lass mir die Tür zu! Du, du erwähnst einfach mal eiskalt mich vor deiner Freundin. Ja, weil sie immer wissen, dass meine Freundin eh zu mir gehört, weißt du? Achso. Ja, also daher. Okay, ich habe mich dazu entschlossen, wer mitkommen will, dass ich Piratenschiffe suche. Ja, das wollte ich eigentlich auch machen. Ich habe aber, obwohl ich hätte auch noch was anderes vor, ein richtig geiles Dungeon habe ich gefunden. Und das habe ich gestes Mal nicht alleine geschafft. Also bei Piratenschiffen hast du natürlich auch viel mehr Chancen, es zu überleben. Haben wir Eisen? Ja, also ich kann dir was schenken, meinetwegen. Ich bin ja ganz sozial, ne? Hier. Hier, guck mal, ich habe 19 Stück kann ich dir geben. Bisschen Rüstung brauchen wir ja noch. Aber wir... Ja, das wäre echt nett. Wir lagen einfach die Piraten nieder und dann haben wir erstmal Krass-Rüstung. Danke. Guck mal mein Schwert an. Kein Problem. Crime. Guck dir mal das Schwert an hier. Ach ja, ich habe ja... Ja, stimmt. Ich habe nur Rüstung. So, guck es einmal. Ja. Davon liegt es. Jetzt hat sie es eingesammelt. Ach, dankeschön. Nee. Nee. Komm, wir tauschen. Guck mal, du kriegst das hier. Hm. Das habe ich sogar auch Crime geschenkt, das Schwert. Nee, das habe ich gar nicht, oder? Und dann bin ich gestorben. Nein. Ich habe mein Dia-Schwert dafür halt, habe ich 60 Level drauf gemacht. Alter. Ich glaube, das war nicht in der Aufnahme, ne? Doch, es war in der Aufnahme. Er hat ja auch noch mal ohne uns aufgenommen. Also erstens voraus. Ich bin schon eine Folge voraus. Dürfte ich bitte mein Schwert wieder haben? So, ich gehe jetzt suchen. Wer kommt mit? Könnte ich meinen... Bitte, bitte. Bitte. Ah! Sag es ihr! Sag ihr, die sollen mir meine Sachen wieder... Gib ihm das Schwert, komm. Ich will aber auch so eins haben. Ja, wenn wir Piraten überfallen, dann haben wir eins. Mia, warte mal, guck mal. Ja, du bist weg. Wo bist denn du? Hier bin ich, hier bin ich. Guck mal, da schenke ich dir. Ach ja, geht ja nicht. Mist, warte. Jetzt. Kann ich hier weg? Mein Hund nervt auch noch. Okay. Der armer Hund. Wo bist du denn jetzt hier alle so? Ich bin gerade in Laras Haus. Wo ist Laras Haus? Ich weiß gar nicht, wo Laras Haus ist. Neben uns. Da wohne ich. Okay, gehen wir. Ach, da bist du. Da ist Laras Haus. Was hast du aus Laras Haus genommen? Krim. Ich hab nur was gebraten. Krim, Krim, guck dir mal das Schwert an, bitte. Danke. Ich bin so stolz drauf. Ich bin so stolz drauf. Danke, Schatz. Ich hab's. Ja. Ja. Also, ich hab genug Essen bei und nen Rucksack, ne? Wo ist es denn? Hast du schon? Ah. Okay, dann, Schatz, kommst du? Ja. Komm, wir laufen mal in die Richtung. Was hast du dir aus Laras Haus geholt? Ich hab nur was gebraten. Keine Sorge. Ja, klar. Sadi, verpiss dich. Der klaut immer der Krim. Ja. Wir sagen jetzt aber nichts. Ähm. Das ist jetzt in der Aufnahme. Ähm. Ich one-hitte alles. So, wir gehen mal da lang, weil... Wenn du alles one-hittest, dann überfallen wir mal diese Burg und... Ähm, da war ich letzte Folge schon. Warst du auch schon da hinten? Mhm. Im Dorf? Ja. Ja? Hab ja alles in der Umgebung Platz gemacht. Ein Schweinchen. Nee, also... Ähm... Ich hab eben Schwein getötet, was ich mal gesagt habe. Aber okay. Den kannst du nur. Ein Chocobo. Doch. Ich brauche noch ein Chocobo. Wie habt ihr es eigentlich gezähmt? Äh, du musst es mit, äh, Dings füttern. Musst man keinen Sattel oder so darauf machen? Nein. Äh, nur wenn du es reiten willst. Ja, ich möcht's ja reiten. Ja, dann brauch ich einen Sattel. Wie bekomm ich den? Warte, langsam. Den machst du auch aus Fäden und, äh, Chocobo-Federn. Und dann muss ich erstmal einen Chocobo töten. Ach nee. Nein, nein, die legen die. Die legen die. Warte, 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 warte. Also, wenn, äh, das, wenn, wenn euer Chocobo eins ablegt, eine Feder, könnte ich die vielleicht haben? Äh, wir haben doch zu Hause Federn. Dann bekomm ich doch sicherlich eine, ne? Ja. Im Tausch gegen 19 Eisen wie eben. Ja, klar. Oh, das ist ein Tempel. Ah, da ist nichts Tolles drin, denke ich mal. Doch, klar, bestimmt. Doch, in Hexit füllen sie auch die Tempel neu. Ah, okay, das ist natürlich geil. Irgendwie ruckelt das Bild, ganz komisch. Ich habe zwar 50 FPS durchgelegt. Weil du im, ähm, Dschungel bist. Ja. Ja, trotzdem, die FPS gehen ja nicht runter. Äh! Fancy. Komm ich irgendwie nicht rein in das Ding, hat jemand nicht bezackert? Nipp. Ja. Ja. Ah, wir hätten wirklich eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Ah, hier geht's. Uh. Ja, geil, hier ist ein Baum. Ja, für... Woah! Soll ich töten? Ich würde sagen, wir gehen weiter, weil so tolle Items sind hier glaube ich nicht drinnen wie in einem Dungeon. Das ist kein, äh, normaler Tempel. Das ist ein Hexetempel. Auf jeden Fall. Die sind overpowered. Achso, ich muss aufpassen, wenn ich dich einmal treffe, dann bist du tot, ja? Kann man eine Fackel hinstellen, weil hier sind, äh... Spawner. Soll ich vielleicht vorgehen? Ich hab keine. Super. Hier ist nix. Egal, kommt das raus. Ach, kommt das raus. Wir wollten Piratenschiffe suchen. Von hier unten, komm. Wir wollten ja Piratenschiffe versuchen. Piratenschiffe. Ja. Aber hier ist ein Fluss... 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 Oh, das sind sehr viele Schokobus in der Richtung. Die sehe ich schon. Und ein Dorf ist da. Wollen wir da hingehen? Ja, das war ins Dorf. Dahinten sind Hornbills gerade lang geflogen. Sind auch sehr seltene Vögel übrigens. Okay. Oh, der Experte schon wieder. Ja. Ja. Oh, dieses ist 30 Folgen Mega-Präsident. Das ist ein Chokobus! Ja, er rennt schon hin. Jo. 30 Folgen, äh, hier Hero geschaut. Lohnt sich. Es sind richtig viele Schweine hier. Ich geh mal ein paar töten, dann hab ich was mehr essen. Oh, hier sind Eisberge. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Will dann immer krasse Zombies kommen und so. Hä? Wow. Ja, bei Eisbergen kommen immer krasse Sachen. Oh, da sind ja Eichbären auch. Da ist eine Schmiede. Ich glaube nicht. Ich habe zumindest keine gesehen. Keine. Keine. Ah, nein. Ich seh sie von hier, Alter. Ich seh die Schmiede von hier. Ach da. Ich seh sie auch jetzt, ja? Nein, das ist Mia. Mia hat gefragt. Pfui. Ich laufe. Ich bin schneller als du. Ich schenk dir die Items. Ach, waren nur Diamanten drin. Oh, ihr war fast gleich so schnell. Gebt sie her. Gebt sie her. Ja, ja, ich mach das sogar. Muss ich mit meinem Atem töten? Mit meinem Atem? Was ist das? Das ist ein paar Antwörter. Komm, wir teilen, ja? Hier. Guck mal, jetzt ist ja Blut. Von dem Villager. Oh, hör aus. Ach, ich kann keine... Ih, was ist das? Blut. Wie hast denn das gemacht? Mit dem Ding hier. Bah, ich blute. Warte, hier, guck mal. Guck mal, guck da. Ein Diamant für dich und... Ich hab gesehen, dass da zwei drin sind. Hör auf, gib sie mir wieder. Was ist das denn für ein Haus? Guck mal. Geh mir den Diamanten wieder. Guck mal, was ist da für ein Haus drin, ne? Diamanten. Da ist eine schwemende Insel. Ich will da hin. Boah, die Dinger sind so nett. Ich fiel wieder wie bei Survival Games an. Ich glaub mir, die Diamanten. Schatz! Was ist hier? Jetzt ignorier mich doch nicht. Ich, ich, ich geh jetzt... Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich geh jetzt rüber da zu dieser schönen Insel. Jetzt kommst du. Du bist... Ja, willst du den Diamanten? Ja, willst du ihn? Geh an. Dann sag, dass du ihn willst. Sag, dass du ihn willst. Du hast du... Der war da auf mich. Sag es. Sag es. Jonas. Ja? Der mockt mich. Sag, dass du den Diamanten willst. Dann geb ich ihn dir. Ich geh zu der fliegenden Burg. Da, wo Jonas hingeht. Sag, du weißt, dass die Dinger übelst auch überpowered sind, wo da drin sind? Nein, die sind nicht überpowered. Wir waren nur das letzte Mal voll doof. Ja, weil du mich in eine andere Dimension teleportiert hast. Ich, äh... Dass du mich in eine andere Dimension teleportiert hast. Was soll ich machen, Alter? Na, okay. Für eure eigene Schuld. Wow! 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 Da ist Gravel runtergefallen. Wow! Komm mal schnell! Wow! Ich bin unterwegs. Wow! Hier sind Dia-Blöcke. Ihr müsst euch beeilen. Hier spawnen Mobs. Ich hab aber keine Sachen, um abzubauen. Habt ihr einen Eisenspitake? Ich hoffe es bitte für euch. Platz hast du? Nein! Ich habe einen Eisenspitake, glaube ich, nicht. Nein! Nein, ich hab keinen Eisenspitake. Ich hab aber 64 Falke. Na man, gut, dass ich alles one-hitte. Aber trotzdem ist das ein bisschen fies. Weil alle gegen Jonas sind nicht nett. Ich hab drei Eisenball. Ah! Ich hab keinen Holzball. Kann man mit einer Steinspitake Eisenblöcke abbauen, weil sie sind auch Eisenblöcke übrigens. Ja. Doch! Stein nicht. Ja klar. Eisenblöcke. Nicht Eisen erst, Eisenblöcke. Oh. Weil hier ist ein Diamantblock auf jeden Fall. Au! Oh! Beschützt mich. Mann gut. Leute, das hat hier keinen Sinn, ne? Wollte ich nur mal kurz anmerken. Wir müssen... Ah! Hier geht's übrigens etwas tiefer runter. Ne, jetzt geht's in Wasser. Ach von hier oben! Oh! Boss-Zombier! Geil! Ich feier das! Ich hab's getötet. Doch, ich kann mit Eisen, also mit Stein, Eisenblöcke abbauen. Ja, okay, geil. Kann man hier mal rausgehen und Holz suche? Hat jemand Knochenmehl dabei? Nein. Ah, ich hab Knochenmehl dabei. Ja, ich hab auch ein bisschen Knochenmehl, wenn du was brauchst. Ne, warte. Wo ist denn die Erde? Das war immer Erde. Ne, warte, nicht an der Wand, nicht an der Wand, da kann kein Baum dann wachsen. In die Mitte stellen. Wollte ich eigentlich wieder rausbauen in Holzsuche. Ja, warum kann ich da keinen hinsetzen? Weil es hier zu dunkel ist, glaube ich. Ich baue mich mal hier raus. Ja, aber ne, der kommt wieder in meinem Inventar. Ah, das ist eigenartig. Ah, wir ziehen jetzt weiter zum nächsten Pirat-Tipp. Boah! Mein Gott, verschwinde! Wie, so eigensinnig, wie sie ist. Sie baut so hoch, ohne dass ich ne Chance habe, rauszukommen. Okay, komm, wir schwimmen mal das Meer lang, weil ich will ja. Piratenschiffe! Oh Gott! Wo denn? Wo denn? Hinter dir? Ah, ich werde hier ein bisschen attackiert von so ein paar Pisschen. Geh dir einfach runter. Ne, wir sind weg. Ja, ich geh dann auch mal. Hier ist ein, äh, Dings. Wo seid ihr denn? Ah, so bist du. Äh, einmal saufen, warum? Au! Kein sicher, trink echt! Wenn du das schaffst. Boah! Ich hab aber ein Piratenschiff markiert. Ah, siehst du? Weißt du, wo eins ist? Wir bauen uns, wir bauen uns, äh, Holz ab und fahren mit Booten hin. Weil das ist ein bisschen, äh, etwas weiter weg. Auf jeden Fall. Ich werd mir auf jeden Fall die Diamanten daraus noch holen. Woraus? Du teilst. Ja, ja, ja. Wenn du nicht teilst, bring mir ihn um, das ist mega. Alter! Ich hab ja gesagt, man darf töten in dem Projekt. Wär dir das dicke Schwert? Du nicht! Ach, wenn wir beide österreichisch auf dich gehen. Ich mein, ich hab so ein, äh, Wurfding, ja? Und ich würde one-hitten. Ja, damit kann ich aber auf weiter Entfernung schießen. Und das sieht auch gut. Ich muss nur einmal an dich rankommen. Das macht zwanzig Damage. Wenn ich quitte, dann macht es zwanzig Damage. Ne, einundzwanzig. Wir werden mal versuchen. Ich hol mir mal das Holz hier. ... Du hast ja keine, oder hast du eine Axt? Nein. Ich dachte, hier wär gleich ein Gerat, das hab ich mich nicht mitgenommen. Ich bräch, ich bräuch zwei Schläge, um mich zu töten. Oh, waa... Dann musst du zweimal an mich rankommen, weil das Ding halt auch gut rückstoß, was ich hab. komm schlag mich aber damit nein dann verbrauchts wieder die dinger gehen kaputt ich will ihn nur im notfall einsetzen ich hab's wo bist du? oh das hat ein baby nein doch nicht so sagen wir so aus wir fahren gleich ohne dich los ich hab ne feder ich hab ne feder ich hab ne feder schluck aber feder geil wieviel braucht man denn? ich hab drei ich hab auch ne feder jetzt kommst du so ah da bist du also ich habe jetzt ein boot gemacht ich kann jetzt wegfahren ne? ja du pisser und jetzt haben wir was babies was hast du auch n boot? ja ich ich auch das waren verbote stacken damn wo? boah alter übel ist ins haus eingeschlagen der ist übel direkt neben dem haus ich hab ihn eingesammelt nein jetzt darfst du töten wenn du willst ich würde es nicht riskieren das war eh nur mit der hand du schluss danke bitte wahre worte hier wahre worte ja sie hat den durchblick ja sowieso meine freundin hat immer den durchblick deine freundin ist immer gemein zu mir ich bin gar nicht doch alter immer wenn philip nicht dabei ist dann beleidigst sie mich dann redet ihr dann da alleine selten bis gar nicht jetzt gibts doch zu ey wir müssen da lang was soll ich zugeben? weiß ja dann jetzt? ja klar voll der ist da oben eingeschlagen da kommen wir nicht ran was soll er zugeben Schatz? ich muss schon reden so ja das ist er weiß genau was ich mein niemand weiß was du meinst er schon was denn? Urs gib unsere Affäre zu jetzt mein Gott ach ja stimmt äh gotta Gott sei dank war es noch eine Stunde hin bis zum Dreimonatigen gotell dann können wir das ja jetzt hier so nein NEJ siamo ne ich wollt ja warte wir können auch in diesen komischen Turm rein guckma philip nein das ist dasPiratenschiff oh Piratenschiff ist voll lame nein ok dir schon lieber da sind sogar Treppen dran das ist ja voll easygoing wäre es mit aussteigen ja wie wäre es mit sterben mein freundlich ist es so easy wenn der blazes drin sind ja easygoing ich habe auch feier aspekt leute ich habe auch ein bogen du schlampe hat jemand eine spitzlage dabei egal ich getöten soll jetzt ist ja und gar nichts ich wusste es ist ein scheiß piratschiff wo nix ist man ich kann aber gut level machen hier ist ja noch irgendwo ein turm oder dann ja dann turm habe ich doch gesehen da hat jemand wir haben keine gute spitzhacke ich habe nur einer aus stein damit kann man kein dungeon machen ja stein spitzhacke ja okay geil ich habe eisenball wie viel aber kann man immer dieses scheiß glatt höchsten egal ich habe ein 18 eisen ja aus den zwei eisen blöcken ach wir hatten kein holz aber richtig ganz genau ja geil dann machen wir gleich eine eisenspitzhacke ja das habe ich auch bei fünf stück war okay ich stelle mich da mal schön nah ran da schon wir haben unseren monatstag an dem tag wo ich mit mir monatstag hatte was unser monatstag war es ja wo wir zusammenkommen wir kommen doch in einer stunde zusammen habe ich gesagt ach so ja dann macht ihr schluss ne ja eben um die pumpkins wir haben selber in der stadt braucht keine sau hier egal die sind dann muss man ja nicht mal überwarten ich dass so eine spitz war ja jonas dankeschön dankeschön ja ich bin tot danke ja weil du immer vorhin raus bin tot ein herz noch das ist ja auch geil du hast du du hast du sollst hier nicht reingehen wenn du anderthalb herzen hast hier ist er pass auf der spawn gleich eine spinne mein gott jolo ja ich gucke mich ein bisschen um diese ebene hier wir sind hinterher geschwungen komm weg ein bisschen äpfel ach du geschafft eine spinne geh weg da geh weg da da ist eine bosch spinne ja aber da ist auch eine bosch spinne jonas kommst du mal bitte raus du fett arsch ja der fett arsch kommt rauf warte mal jetzt mache ich habe ich alles umsonst gemacht hier ist eine bosch spinne aber eine richtige bosch spinne ich bin vergiftet ich schäle eure bar wo ist denn die ja hier unten drin im ersten ebenen ding alter wollte ich mich ver- geh mal raus da jetzt kommt aber wie und tot das kommst du rein weil ihr generiert erst mal eure herzen könnt ihr mal unten bleiben ich habe euch extra spitz hatten gemacht ihr läuft einfach weiter für uns auch hier gemein danke ich könnte gucken ob ihr da was braucht aus den kisten ich ja ja du nimmst alles gut aus wie können wir haben danke ich mache es immer hat auch mal ein Projekt macht dafür tötet ihn damit gute Sachen ab ich meine mehr gute Sachen hatten hinterher nein ich brauche jetzt von jetzt auf okay hoch war auch sehr gute Sache mehr um die guten Sachen Posten hinterlegt da weiß weniger man levelt sich so geil und dann kann ich mein schwert wieder reparieren und alles eisenhelm das ich hab jetzt schon mein ganzes inventar voll ich hab'n Rucksack ich hab'n Rucksack ohhh ganzen Crap ein das braucht noch keiner Ahhhh genau lauf in mich ey oh du bist laufst damit der Welt ja wieso Skelett in dir steht tut mir leid ahhhhhhhhh ahhhhhhhhh 3 Herzen geh aus mir raus ohne Spaß und cool wo seid ihr denn schon? ach da seid ihr erst hinter dir ohhhhhh spring ins Wasser, spring ins Wasser, spring ins Wasser, spring doch ins Wasser du bist so schlau ja du bleibst du da stehen nein Schatz, wir nehmen nie wieder mit dem auf wir nehmen nur noch alleine auf den Spiel pass auf mich auf, büttchen hallo nö 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 lass die da ist mir egal wieso springst du nicht einfach ins Wasser hinter dir warum haust du mich denn weil da ne Spinne hinter dir war ja 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 sag ich auch immer oh Gott wie dumm muss man sein komischer Deid bei Mr. Yoko King ich schlag dir jetzt gar nicht mehr komm, macht was ihr wollt Schatz, töte ihn mal bitte die schlägt mich ein und die schlägt mich ein und sie ist instant tot schlag sie einfach schlag ihn einfach hey, ich weiß gar nicht was es geht schlag ihn einfach schlag ihn tot sie darf die Items aus der Ebene holen wenn sie möchte such dir einfach einen schönen Moment indem du ihn tötest am besten wenn der grad Schaden hat ich habe nie Schaden er hat Schaden warte auf den Boss oben genau da tötest du ihn was? du bist attent asyl töt ihn einfach genau wenn der Boss kommt ne ich mach die Tower eh wegen den Leveln weil das eh viel effektiver oh nicht im Ernst Alien creeper oh 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 wow 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 der Boss kommt du das mach ja ja jetzt töt ihn töt ihn töt ihn ich hab noch kein bisschen Damage bleib cool töt ihn ihm meine Damage hat lol was ist das denn voll das Genom töt ihn meine Damage hat ich habe den gerade getötet und ich habe anderthalb Herzen Damage bekommen ja schatz hast du ihn gehauen einmal vielleicht nein wollte ich dir schon immer mal sagen ich habe eine Diamant chestplate bekommen könnte sein dass es deine ist rabbit 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 ah der Turm bricht zusammen also wir sollten raus hier ich bleib hier nochmal ein bisschen stehen und oh Diamanten danke voll viel du bist die ich war das ja 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 das hatten wir aber auch im letzten Projekt dafür konnte ich jetzt ernsthaft nicht Nimm mal die Sachen bloß mit mein Gott die sind weg das Ding ist explodiert ich verarschen dein Ernst schatz und du hast ihn nicht getötet ich hab gesagt töt ihn aber nö warte ich versuche noch was zu retten ihr seid so schlimm alter warum hast du ihn nicht getötet ich hab doch gesagt töt ihn ich hab Bauchschmerzen hab ich das schon gesagt ich hab Bauchschmerzen ihr macht mir Bauchschmerzen okay ich war den ganzen Tag unterwegs ne und ich hab gesagt töt ihn wenn du nicht machst was ich sagst wieso hast du ihn nicht getötet weil ich tot war und Horst braue ich nicht ne will ich nicht will ich auch nicht will ich auch nicht will ich auch nicht ne will ich auch nicht nimm ja alles mit es ist alles weg denk doch mal nach das Ding ist explodiert kriegen lilan Rucksack von dir ich muss keine Ahnung wie viele Sachen du hast uns beide auf gewissen du hast uns beide auf gewissen sie mobbt dich nicht sie macht das mit ihrem ganzen recht sie mobbt mich hart du hast uns beide auf gewissen ich habe nichts gemacht du bist in meinen Schlag gelaufen ähm ja ja ich hab mich nicht mal bewegt also sag nix gibt es nicht irgendwie so ne Strafe wenn er uns tötet warum denn ich hab euch doch nicht oder keine Ahnung hä töten ist doch erlaubt ja aber doch nicht wenn wir zusammen aufnimmt das ist ja bitter bitte ich fließ oh Gott wie lange ist denn schon die Folge ähm 21 Minuten oh krass sind meine Sachen wieder die sind weg die Sachen sie sind explodiert die sind explodiert die Sachen du hast dich ja auch in die Luft gesprengt ich habe dich nicht die ich hab den Golem zerst also wenn so ein fucking Turm in die Luft äh geht und äh denkst du ich hab ne Ahnung von Hexit nöp ich spiel das zum ersten Mal ja zum zweiten Mal ja wow trotzdem weiß ich ja nicht viel drüber mhm ach qualm übrigens ich hab dein komisches diese komische Schusswaffe und ein Diamantschatsplate noch von dir naja warte ich hol mir grad ein paar Sachen von mir? nein 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 du weißt dass ich sowas nicht mache mhm nein ich weiß es eigentlich nicht ich bin mir sogar recht sicher dass du das machst warum weil ich gerade mit der Global World aufgenommen hab also Leute folgen du hast die Hose? folgend hatte ich ihnen ne Hose? ich glaub ich hatte ne Eisenhose alter wie hattest du nicht? das ist ein Riftblade ja das macht ne Tür zu Wollt ihr mich verarschen? ihr seid in meinem Haus nein was macht das? das macht ne Tür zu nem anderen Universum ich würd's nicht benutzen oh schade hinter den Bogen Wollt ihr mich verarschen? aber ich hab doch irgendwo ich hab nen geilen oh nein ich hab nen nicht eingesammelt egal ne gut ach ich hab übrigens noch ein Piratenschiff im Berg der ist so im Berg gespawnt ist gefunden downprian's bird ok ok noch ihr seid in meinem Haus nein ich bin in unserem Haus oh ich hab oh richtig viele Diamanten sind hier auch noch war meine ne 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 na klar am Berg sind Diamanten platz hier warte nimm das da ich will auch was haben oh Piraten und du bist da weil ich krieg ja nix an Rüstung ab du bist da und du bist da danke kicken sie wieder in den Rucksack von dir ich will sie dir niemals verzeihen der Crime ist wirklich böse auf mich ne ja ich bin richtig traurig darüber Schatz komm hm wir gehen jetzt wieso krieg ich nur so ein kleines Schwert weil er kein anderes hatte sag mal wollt ihr mich verarschen ist hier irgendwie um ein Stöckchen hast du noch mehr Diamanten wollt ihr mich verarschen ohne Spaß das ist armselig du hast deine Kisten nicht als privat markiert was naja ok geh ich bei euch auch klauen das wird Bronkert Holz alter ok ich kann sagen dass die Kisten als private sind nein kannst du nicht ihr wisst es somit steht es irgendwo in der Regel drinnen ja ja es ist eine Regel ja geil hast du Pfeile bei dir im Haus was alter ich krieg ein ganzes Ding Pfeile von dir auch noch vergiss das nicht ja geil ich werde bei euch klauen gehen ja du hast mich zur Pfeile danke und da noch privat vorklatschen ja schön ist mir scheißegal ich bin ein paar mal im Knast also ich muss mir sagen dass es die explodiert aber nein Items klauen Items Lion ist erlaubt vielleicht geben wir sie auch zurück das haben wir nicht gesagt ja ich hab mir ja die Sachen geliehen die du mir zerstört hast die ich zerstört hab ne geil die seid ja super cool ok ich hab alle Kisten als private gekennzeichnet ok und ich geh bei euch Laien ne ok jetzt gehen wir ähm Dungeons suchen kannst du Regel ausmachen? ja hab ich schon eigentlich oh wow ah ich kreile die Sonne oh guck mal da gibt's Bären ja ich weiß das sind frische Bären die sind frisch man riecht es noch achja und dein Eisen kriegt zurück und das Schwert von dir du kriegst nichts zurück weil ich dich nicht getötet hab doch doch Guck mal genau hin bitte ja geil das ist ganz einfach weil ich den Golem getötet habe ja klar weil der hat den einen ja naja gut okay glaub ich glaub ich was er wollte also da war so bunte Kreise sie will ich auch wieder keine Ahnung wofür die waren aber ich war schön bunte Kreise? bunte Kreise die sind sogar recht wertvoll ach so du meinst Magic the Sensor oder was? weiß ich nicht ne es war was anderes aber ich weiß was die meint war auf jeden Fall bunt und schön ja sie hat ja so viel von der Folge mit Lara da haben wir ja viel gemacht was kannst du? weiss denn nur wo du bist lass mich hin du Trampel alter du Trampel das sollte man nicht zu einem Mädchen sagen ja wir sagen uns öfters das weiß sogar ich Karls wo bist du? du hast immer noch keine Freunde bist du heilige Fresse heilige Fresse heilige Fresse der war mies äh Schatz siehst du da so einen riesigen äh Berg so mit ganz hohen Bäumen was denn? wo die Bäume dran hoch wachsen ne ich könnte so einen miesen Konter lassen aber das mach ich nicht weil das wäre echt asri da oben ist ein Dienz der fliegende Insel ja ja aber die sind scheiße da ist nix geh mal unter die fliegende Insel bin unter der fliegenden Insel Alter du bist mal im Arsch der Welt wo nicht Spaß ah das blaue Zeugs wieder da bist du ja jetzt kommst du mit und dann lauf ich allein weiter warte jetzt machst nicht mal viel Zeit wer sagt das? gesagt meins meins wer hat das schon kaputt? und da ist blaue Zeugs wirst du weitergerauen was ist scheiße alle schon in dieser halte drüber die warte nicht mehr für die saal und so ein scheiß er denn nicht dann lauft doch dann bin ich irgendwo ein schönern noch mal das ist ein eisbär da ist ein eisbär wenn man mit dem eisbär kuscheln da ist ein portal die nicht rein die in den anderen dimensionen ja darum ja da ist ein eisbär nein ich habe übelkeit böser eisbär 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 der tut doch gar nix doch wenn man versucht mit ihm zu kuscheln schon das wo bist du komm wir gehen wir zusammen in so eine bist du da rein er macht immer den gleichen fehler das portal ist weg was ja das ist in der tür drin so komm rein ja mach die tür auf und zu da ist es da in diese scheiß portal ach da ich will wieder zurück nein nein komm jetzt mit ich habe kein essen wo ist essen da ist essen ich brauche kein essen ähm oh Gott sei dank ne die überfalle ich nicht pass auf wenn du ja lass die tür wenn du rote augen siehst guck sie nicht an dann kommst du ja wie ein ganz schlimmes universum wenn du rote augen siehst guck sie nicht an das heißt sie hat sie schon gesehen ja aber nur wenn du die länge anguckst bist du hinter mir ich darf ein bisschen langsam mal bitte wir kommen hier rein hier ist aber so schön danke danke kommst du durch nein oh man oh da ist ein diamantblock habe ich gesehen also war keiner wahrscheinlich ist so ein lockt diamant weichte ich will einmal dieses komische schuss ding benutzen das fasziniert mich bei uns ist lava schatz was über uns und da vorne ne angst da rein zu gehen komm jetzt wieder raus wir müssen wieder zu einem anderen portal warte wir müssen da uns an der lava vorbeibauen da bist du kein portal mehr da einfach hier raus ich habe keine ahnung in welche richtung es nach hause geht ich glaube nach da um zu gucken ob mein hausbestand noch da ist so das mal hier in das da okay ich hoffe einfach mal dass noch ein bisschen was da ist ja klar da ist nur das da ist nur noch das haus da wo bist du hier pass auf hier ist ein ausgang niemand hier wirst du rote augen sehen guck sie nicht an die ganze Zeit am boden was zum hört sich gut an hey bau die mal so schnell ab das ist doch schwer warte ich geh mal kurz in die redstone dinge da rein und ey das hört man ja nicht aus hallo antivirusprogramm oh oh scheiße rotaugen lava ne rote augen boah ich muss mal tun aus mann ey boah ist laut warte ganz kurz was bringt die das entschalte gegen die benser des minstens der gliederfüßer äh besser gegen die äh ich bin okay das ist ganz schön sinnvoll für spawner also für meine ich natürlich für für du bist scheiße das weiß ich aber ich höre selten so direkt leidenschaft kein ding habe ich gehauen wenn die nur vor der spitze gelaufen schaffst du was zu essen bei Prozent ja was heißt das war ja nicht dankeschön wir sind fast durchreißen fast aber die portal die portalen kohle kann man da auf das schwarze naja kann man ich habe ich falle jetzt runter naja ne das ist ein echter block ah den kannst du ja vor das habe ich auch immer gedacht im letzten projekt als er sich das erste mal da reinkam Jonas hier sind rote augen ja das waren noch die guten zeiten und jetzt mit Lager bin ich bestimmt nicht gestorben bestimmt nicht wenn ich nicht ich bin hier doch links oder rechts lass mal links bei rechts sind die schwarze in Hexen man kriegt einfach so krass schnell Level finde ich die sind ja ja hier ist noch ein portal dass man das da ist nach hause hier lassen das schönes dorf ums wie tom langsam ja ich glaube das ist ein portal dahin ihr könnt schwarze augen cool sein also war zu augen der rote augen im schwarz buch gegen natürlich gerade aufgegangen ist wenn deine mama dich endlich auch klein ja das machst du in den hebel irgendwie mit mir lassen wir zurück um das doof es ist vielleicht bin ich runterfallen ja kündig dass man das da das war kurz zurückgelaufen ich bin irgendwie durchgerannt aber keine sagen wir haben unsere sachen behalten wenn du in der welt stirbst jetzt kack dir selber kurz abpasst auf nein 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 ich hab mir deine koordinaten kurz ich nicht wieder das ich wies nicht genau was ich auf das verzaubern soll könnt ihr gerne in kommentare schreiben ich würde 3.817 minus 1398 ich wollte gerade mal eine schöne abmoderation machen was minus 1000 ja wir sehen uns im nächsten jahr und dann bis dann schön bei bei